Na endlich! Was heißt hier? Na endlich! Hallo? Das war ein erstes Mal. Das war sehr schön. Und peinlich. Führt noch ein Bissmutblock. Oh. Oh! 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 Ausklo-ho-ho-ho! Hab ich gehört, doch doch. Kann ich auch wieder hochklettern? Geht es da weiter? Ich würde mal sagen, ja. Dann hier erstmal fertig erkunden. Geht ein erstes Mal, gestorben ist doch lustig. Hey! Du bist frech, Sonja. Okay, ich glaube, hier geht es auch irgendwie weiter. Kommen wir hier zurück. Hier waren wir noch nicht mal. Oder? Weiß es nicht. Gibt ja auch gleich Diensten. Das ist Sonja. Wie hier schon mal? Sieht nicht so aus. Die sieht noch weiter. Ich bin gerade hart irritiert. Hier geht es tatsächlich weiter. Egal. Aber laut Kopf, was eben nicht. Ein Verstärker. Oh, geil. Okay, das errascht mich jetzt so ein bisschen. Aus Gründen. Shortcut. Gut. ich hab nichts gelernt wow wow oh 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 das hier wird doch nicht genau das ist schon wieder gestimmt nein ich sterbe nie das wisst ihr doch er stirbt mir dann jetzt zu zeigen du kommst hier nicht rein hey du kommst hier ich hab dir alles verschlossen ich hab dir alles verschlossen hab ich gehört manno und frosty denkt sich nur king noob und ich denke mir auch so ja ich bin noob für nichts gestorben irgendwie kommt da was weiß auch nicht ok oh noch so einer tschüss oh noch so einer das ist noch was Ein Shortcut. Zustandsmodule. Doch, kein... Ja, aber nicht wirklich Shortcut. Da geht es einfach weiter. Ne, das denke ich mir nicht. Okay, manchmal schon. Da beginne ich jetzt. Ja, nie. Hallo? Sollst du lügen? Ja. Ich glaube, so war das nicht gedacht, oder? Dass ich hier rauskomme? Oh, doch, was? Ich werde da raufklettern. Es war doch so gedacht. Ich dachte, ich habe das Spiel jetzt ausgetrickst, aber nein. Es war so gedacht. Genau das habe ich vorhin gesehen. Ich glaube, da hinten ist ein Item. Ich denke, ich habe mir das holen. Hör mal. Bande. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Okay. Okay, den hat er zerfetzt. Ich würde mich hier in Ruhe gucken, aber... Nö, da ist... Da ist nix. Da ist nix. Okay, prima. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich das verkackt. Sind wir mal ehrlich, ihr kennt mich. Noch eine Figur, die ist jetzt sehr schön. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create? For your own benefit? And which is now forcing us to levy new taxes? Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty. As long as it is distributed fairly, the representatives of the nobility, the clergy, and the third estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Oh, your estate's general. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned Cahiers de Doléance. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the Unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Hey. Ich habe das Gefühl, Louis Vuitton ist nicht so gut drauf. Ähm. Ich weiß nicht, aber das sieht aus wie ein großer Bossraum. Aber wir hatten jetzt schon seit Ewigkeiten keinen Safe-Spot mehr gehabt. Oder, hä? Habe ich was übersehen? Ich werde noch mal ganz kurz zurücklaufen, denke ich. Oder? Ja, doch. Ich will was überprüfen, weil das riecht danach, dass gleich der Fight kommt. Bossraum, ein Raum braucht eine Decke, das weißt du hier. Hey. Heißt, dass du bist ein Raum? Ja. Du bist eingedeckt. Aber was? Eingedeckt? Zugedeckt. Habe ich eine Decke? Ich habe gesagt, das nennt man Decke. Der letzte Safe-Spot ist doch... Oh, wait a minute. Wait. Kriegen wir Nix-Arm auch zu sehen? Ich glaube nicht. Ähm, wir hatten doch hier hinten einen Shortcut. Ich überprüfe mal kurz den Shortcut. Okay. Okay. Au. Da geht's jetzt mal in die Richtung schneller oder die andere? Ich würde sagen, die andere. Tschüss. Wachin 40. Wem hallo? Also wohnt liegt er? Ja, sowieso. Was? Dafür bezahle ich ja nicht. Hallo? Au. Okay, wir kämen von hier aus gut rüber. Rechts oder links? Ich schicke dir auch... Was? Achso. Achso. Ich spiele einfach weiter. Ich bin gar nicht sehr... Ihr seid schwierig. Doch wirkt überfordert. Gut, dass ich nur so wirke. Ich bin gar nicht. Doofes Konzept. Ja, aber echt. Irgendwie schon ein komisches Konzept. Irgendwie macht ihr da was falsch. Das war nicht so schlau. So. Let's have a look. Ich hatte wohl recht. Aufstand der Kaffee-Modisten. Schatzmeister. Aha. So sieht ein Schatzmeister aus. Ist klar. Ah. What the fuck? Oh. Oh. Und kommt weg. Schill mal deine base. Okay. 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 Vielleicht ist sie jetzt ein Cyberman. Die Storybosse sind irgendwie einfacher. Komisch. Du bist komisch. Hallo? Hallo? Du hast ne gewisse tiefe Somnia. Was? Hab dich lieb, Somnia. Ja? Du, Aegis, haben sie uns wieder gesammelt. Auch wenn es süß ist. Ja, und der Konvent? Warum hast du gewisse, dass du in diesem Konvent befest? Es war meine Idee. Verst du, ich bleibe hier, wenn meine Obliegenungen mich zu Paris bringen. Kein andere Retreat inspiriert so viel Frieden und Kontemplation. Ich bin ehrlich gesagt, dieses Gebäude fühlt sich immer wie ein Fortress zu mir. Schau mal, wie tief diese Wände sind. Ja. 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 Das ist warum ich die Zeit habe, um einen Weg zu finden, um zu kommen zu der Bastille zu kommen. Ich bin zu hören. Es gibt einen Patriot in Paris, die Pamphlets haben M. de Lafayette gehalten. Seine Angst ist so stark, dass der Schmerz hatte, um zu verabschiedern zu kommen. Ich weiß, dass er in den Quarren in Montmartre ist. Ein Labyrinth, er sagt, wie die Hände zu wissen. Wenn jemand helfen kann, dass du die Obstaklen, die du von der Bastille schraubst, ist das M. Marat. Sehr gut. Ich werde ihn finden. Lass mich nieren. Ich bin nämlich Wulferine. Monsieur Necker. Ich bekomme dir mein Leben, Madame. Ich bin so verabschiedet, dich etwas mehr zu fragen. Keine Angst. Du hast meine vollen Achtung. Susanne, meine liebte Frau. Ich kann mich nicht dazu bringen, um ihre Tod zu akzeptieren. Ich hoffe, dass ich sie wieder wieder zu sehen habe. Ich muss sicher sein. Monsieur. Was habe ich getan, um so ein Tod zu verdienen? Warum hat der König mich besprochen, um mich zu zerstören? Und alles, was ich liebte. Nach allem, was ich für ihn getan habe. Meine Abnegation. Eigentlich sollte ich solche Witze nicht bringen. Der normale Spieler fällt versehentlich irgendwo runter. Ich mit Absicht, weil ich ja unbedingt wissen wollte, ob es das Secrets gibt, die man mit dem Dash erreichen kann. Ey. Würde ich genauso machen. Warum würde der König etwas bezahlen? Ich habe mein Leben zu dem König als seinen Minister. Auf diese Klippen jetzt, ja. 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 Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Nichts zu denken, meine Damen. Wettbewerbliche Kraft, diese Sicherheit ist nicht verletzt. Es wurde genau zu diesem Effekt. Ich persönlich habe niemals zu erinnern. Ich glaube, dass seine Konten nicht zu offensiv sind, für den verehrten Minister ich immer war. Wer hat die Schlüssel? Der König macht das sicher. Wer hat jemand anderes? Wie es? Ich habe es. Jeству propio, sicher. Vouge die Frau. Ja, das sorgt. Das vierte, in einem heutigen Versailles, erinnert sich ein Abonnungszum. Ja, erinnert sich mit dem Schiff. Es ist erinnert sich. Es ist, dass Herr de Mirabeau kommen und es auch so sieht. Dass er zum Glück hat, für den Träuch. Erinnert sich, übergebracht. Erinnert sich für den König. Er ist sicher, dass Sie mehr so haben. Ich will fragen. Warum würde der König noch das? Ich wuche für den König? der Königin als seine Ministerin. Auf meinem Leben und meinem Fortunus auch. Ich habe keine Reunerungen für meine Services in order to keep die Accounts balanced. Und ich persönlich fülle den König's Coffers mit 2.5 Millionen livres für meine eigenen private Accounts. Bonds in der Caisse des Contes, die der König in der Tellemade Armoire d'Affaires in der Palais des Tuileries. Er stößt all seine Secrets dort. Ich wager, dass es genug in der seine Reputation einhundertmal. Sie müssen diese Bonds in der Zeit, meine Damen. Sie müssen nicht nutzen, um dieses Madman zu bauen, mehr Mörderische Automaten. Ich habe eine Chance für ihn? Keine Ahnung, meine Damen. Selbstverständlich, dass Ihr unglaubliche Kraft ist, das Schiff ist gesagt zu sein, impenetrable. Es war genau zu diesem Effekt. Ich persönlich nie hatte es. Ich glaube, dass es ihre Konten war zu unofficial für die Honest Minister als ich immer war. Wer hat die Key? Der König, das für sicher. Wer hat die Key? Wer hat jemand? Wie kann ich wissen? Er ist die Shadow-Adviser, wahrscheinlich. Ich denke, dass ich darüber nachdenke, dass es ein rumor geht, dass es nach Versailles für eine Zeit ist. Es ist gesagt, dass M. de Mirabeau zu kommen und gehen wie er ließ, zu den Tuileries. Dass er überschaut für die König. Nicht in any official Capacität, natürlich. Wer weiß. Er weiß noch mehr über diese Sache als ich. Ich werde ihn fragen. Ich werde ihn fragen. was mit deiner Frau passiert ist. Gott sei Dank, Frau. Wo soll ich meine Investigation beginnen? In der Faubourg-Saint-Germain, east des Invalides. Wir wurden in der Eglise Sainte-Marie auf der Rue de Bourgogne. Ich werde weg sein. Du bist die einzige Hoffnung, zu sehen, zu meiner liebten Frau wieder zu sehen und zu beurteilen den Planen der Zeitwerk-tyrant. Selber Tyrant. So. Lass mal uns aufsammeln hier. len. Ich hab' einfach abgebrochen. Upsi. es lautet ja mich auch von der seite an der mag gar nicht so ein ziedler in der tiefe ob story so morma 1 neue karte und das in morma wie ist der schlechte bauhöfe und weingüter ist die steinbrüche ok aber noch kurz leben glaube ich und ich ich schon erstaunlich wie lang das feuer bei den mussten liegt auf dem boden brennt brennt und brennt ich glaube du brennst grüniglicher gibt steinbruch im behaar im behaar oh oh Oh, hi! Oh nein. Cool. Cool, cool, cool. Eine tolle Gegend hier. Empfehle ich wirklich. Wenn man Urlaub machen möchte, ne? Kommt hierher. Hier ist Party. Oder so. Wooh! Oh! Joah! Ich bin viel Freundchen. Oh genau, das brauch ich. Und das muss ich. Oh kein Junge. Endlich. Nice. Los, hoch mit mir. Schade. Prima, das hat dann schon mal gut... Ach nee, da kann ich ja gleich runterspringen. Nochmal hoch. Lassen Sie mich in Ruhe. Dankeschön. Easy. Es wird der Frostkanade sogar. Okay. Ich denke, ich bin unsichtbar. Und ich mag es. Oh, muss das repariert werden. Scheiße. Ich muss da oben hin. Ich hätte da springen müssen, na toll. Ja, ganz genau, Buggy. Habe ich von dir gelernt, dass man das so macht. Oh, da hinterher ist auch noch was. Revolutionierengeistes. Hm, Baby. Revolutioniert... Yes! So war das nicht gedacht. Nicht nochmal diesen Schein. Wieso rennt die nicht mehr? Checkpoint. This mobile walkway leads to the depths of the quarry. I will explore the area and try to find a way to make it work. Checkpoint. Ach, Moment, Moment. Waffe ich verpässe? Yes. Nimm für fünf. Lähmgranate. Blockiert. Gesundheit. Gesundheit. Ich habe es nicht richtig gehört. Bäm. Kaputt. Ich bin fett. Haha. Wo muss ich... Oh. Da ist ja noch eins Item. Oh, ho, 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 ho. Hola, die Wolfie. Ich fährt schwere Knochen. Achso. Ich habe Knochen? Ich dachte, ich bin ein Roboter. Warte mal, wenn das blockiert ist, wo kann ich denn jetzt weiterlaufen? Da hinten. Okay. Oh, cool. Eine Spinne. Ich freue mich ja so sehr, dich zu sehen. Es ist echt toll, dass du hier bist, Spinni. Hey. Okay, das ist ja mal eine andere Spinne. Nee, doch nicht. Ich muss mich bewegen. Ich habe nur keine Aufdauer, weil ich dumm bin. Lassen Sie mich in Ruhe. Dann lasse ich dich auch in Ruhe. Okay, ich lasse dich doch nicht in Ruhe. Hab dich verarscht. Aua. Oops. He's dead. Weckt sich hier drin noch jemand? Hier oben. Was sind diese Spinnen? In die Early! Jo, okay, das war jetzt gar nicht gut. Holla! Okay... Ich gehe einfach mal hier rein und sage, hi, ich bin der. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Ich hätte auch rüberspringen können. Okay. Oh, fuck. Ich lebe! Noch! Noch! Hier geht's. Das muss jetzt funktionieren. Okay. Repertiert. Okay. Ich kann ja auch ein bisschen schummeln mit diesem Game, ne? Warum auch... Ne, scheiße! Da! Da! Entschuldigen Sie, ich muss hier mal ganz kurz runter für ganz große Mädchen. Puh! Das hätte auch ins Auge gehen können. Das ist nicht so mit dem Shortcut. Da! 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 Da!